Wir wollen unseren Kindern immer nur das Beste bieten. Nur wachsen sie schneller, als man gucken kann. Deshalb nutze ich Vinted, um die Sachen zu verkaufen, die meine Kleinen nicht mehr brauchen. Bei Vinted verkaufst du super schnell an Millionen andere Mitglieder. Und das Beste? Du bezahlst keine Gebühren und behältst, was du verdienst. Vinted ist super einfach. Foto machen, hochladen und zu deinem Preis verkaufen. So räumst du auf und schenkst guten Sachen ein zweites Leben, während du dabei Geld verdienst. Heute noch die kostenlose Vinted-App runterladen. Du brauchst es nicht mehr? Verkauf's bei Vinted.